Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video mit der Weißbächter. Jo. Leute, wir machen ein Projekt. Minecraft 5. Wir gehen hier nur hoch. Jeder hat 10 Leben. Der als letztes Leben übrig hat, hat das Projekt gewonnen. Wenn man einen killt, hat der, der gekillt wurde, nur noch 9 Leben und der andere 11. So starten wir. Ich habe natürlich schon den ersten Baum. Den Spawn kannst du nicht abbauen. Ich habe ihn mit Barrientzu gebaut. Den kann man nur im Game of abbauen. Du gießt erst nur 10 Meter weit weg. Nein. Also, ich mache meine Base nicht direkt an den Spawn. So, ich glaube, so super schlau wäre das jetzt auch nicht. So, ich mache mal hier meine Dings offen. Zack. Zack. Jetzt können wir uns schon mal eine Werkband machen. Zack. Zack. Oh, ich habe einen Apfel. Ich habe ja lange noch nicht mehr gekriegt. Zack. Zack. Jetzt haben wir hier schon mal eine Axt. Jetzt hier noch ein Schwert. Für die Nacht. Zack. Zack. Dann noch mehr Sticks. Dann noch mehr Sticks. Dann noch mehr Sticks. Ich habe schon alles 4 Materialien, die man eigentlich in Minecraft braucht. Ja. Und jetzt kann ich ganz schnell abbauen. Es wird schon dunkel. Ne, es wird jetzt schon dunkel. Leute, lasst ein leckes Abo da für mehr MyCraft-Zeit. Bächter, wann machst du wieder ein Video auf deinem Kanal? Ich weiß noch nicht. Und wann machen wir mal wieder was auf Bächter? Was weiß ich noch nicht. Bächter kennt wahrscheinlich keiner mehr. Oh, sag mal. Was hab ich denn hier für ein Loch? So, zack. Leute, jetzt hab ich Blöcke. So Leute, dann gehen wir auch ein bisschen weg. Wie gesagt, wenn wir sterben, behalten wir alle Sachen. Aber wir spawnen halt wieder. Ich will eigentlich auch meine Base da bauen, wie du deine Base hast. Oh ne, der hat hier einen Speer. Der will mich mit dem Speer bewerfen, dieser Unterwaffe zu mir. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Nein, 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 komm mir nicht zu nah. Komm mir wieder zu nah. Ach du hast auch ein Schwert. Oh, das ist ein Gripen. Ich hasse Gripen. Warte. Warte. Funktioniert das? Warte. Das ist ja wirklich. So. Mann. Jetzt muss ich noch Leitern bauen. Wie macht man Leitern? Ach, dafür braucht man Sticks. Okay. Dann machen wir den Schnitz. Ja. Das will ich nicht. Ja. So Leute. Jetzt haben wir hier Sticks. Zack. Ah! So, wie viel Leben hat der denn, ey? Na, wenn du nicht kritischst, hat der sehr viel. Ja. Warte. Endlich. Boah. Das klingt jetzt wirklich kotzig. Herrlich, ist doch so. Das klingt ein bisschen komisch vor, wenn du das überhaupt so sagst. Ja, aber so hat es sich so angedacht. Boah. Trotzdem klingt das irgendwie. Das macht ja nicht kitzig. Hier. Ich sag nur, wie sie es anhat. So. So, Bechler. Ich baue schon meine Base. Ja. So. Dann habe ich jetzt meine Base fertig. Das ist ja schön. Leute, meine Base ist fertig. Was ist denn das? Ich habe am Anfang meine Base fertig gebaut. Was ist denn das? Leute, es werden auch wahrscheinlich auch mal Events kommen. Zum Beispiel, dass man eine Elytra hat oder irgendein Event halt. Oder ein TNT Event oder so. Leute, auf jeden Fall könnt ihr euch befasst machen. Events werden kommen. Das ist unser erstes richtiges Projekt. Ich wollte mit Bechler ja eigentlich ein Projekt machen. Minecraft City. Aber... Doch. Ne, machen wir morgen. Die ganze Zeit. Und jetzt, Leute, haben wir jetzt einfach jetzt Müllendrin da gelassen. Und jetzt machen wir ein Geschäft mit das. Äh, ich mache mir jetzt schon einen Ofen. Ja, kannst du ja machen. Komm, es kostet immer noch schnell. Zuck. Und zuck. Da haben wir einen Ofen. Zuck. 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 Und... So, Becher. Ich habe jetzt eigentlich alles, was ich brauche. Ja. Und das Bett vom Spawn dürfen wir nicht aufbauen. Und wir dürfen auch kein neues machen. Wir dürfen nur das Bett vom Spawn... Oh, wieso? Ich wollte mir ein Bett bauen. Ne, wir dürfen nur unser Spawn. Ihr wurdest ja euch ja das Schiff hingekillt. Ja, was ich denn. Ich will euch zu essen. Oh, Knochen für eine Farm. Äh. Ich wollte jetzt einen Creeper. Wo denn? Hinter dir! Wo? Woher? Vor mir? Hinter mir? Hinter dir! Ja. Äh, okay. Ähm. Na. Ähm. Bächter. Wo bin ich jetzt? Ah, ne. Wir haben unser Bett noch gar nicht gemacht. Äh. Super. Ähm. Könntest du mal kurz das Video pausieren? Dann machen wir das noch schnell. Ja, bis gleich. So, Bächter, gehen wir ins Bett? Ja. So, Leute. Wir haben jetzt unseren Miesbom-Punkt hier wieder. Ja. Ich wollte nur, wenn eine Person einen anderen Kild gilt als Tod. Ähm. Warte mal. Wie war ich denn nicht? Wie war ich denn nicht? Verpasst du dich? Warte. Ja. Hier. Nimm! Hallo, warte. Mann! Hier, nimm. Ja, toll. Blümchen, danke. Wo habe ich vorhin mein Dingens gebaut? Da drüben? Ja. So, hier hoch, Gras. Tschüss. Hm. Übrigens, wir dürfen die Atemis vom Gegner auch klauen. Aber werde ich natürlich nicht tun. Ich werde nur gucken, was denn das ist. Ah, noch gar nichts tun. Warum ist ne Kuh? Ich hab ein bisschen Hunger. Bum. Und dann wieder zuck, 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 zuck. Wöchter, wie lange geht das wirklich? Ähm. Ach, Böden, irgendwas. Du, 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 du. Die, 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 die. Leute, ich hoffe, dass ich dieses Projekt hier öfter springen kann. Warte, ich kann mir Lederrüstung bald machen. Ja, Moin, doch mehr Kühe und dann hab ich Lederrüstung. Kühe, aber wer ist hier? Oh, da hinten sind Bienchen. Die nicht töten. Oh, guck mal da hinten. Ja, ich... Wir dürfen nicht auf die andere Bildschirm gucken. Achso, naja. So. So, wo haben wir denn hier noch mehr? Ich... Kann natürlich sein, dass ich jetzt keine Kuh für Leder finde. Ja, egal. Ich nehm einfach mir die Fische für Essen. Dann hab ich sogar noch Fische. Warte, ich hab doch Cobblestone. Ein Cobblestone kann ich mir eigentlich ein Abzeichen holen. Äh. Ach, da. Ach, hier ist meine Base. Ich hab meine Base gar nicht mehr gesehen. Die hat mir hier so einen Untergrund Base gemacht. Du kannst mir den Eingang anschauen. Geh mal da hin. Schau mal da. Mein moderner Eingang. Das sind Sie. Ich sag's nicht. Also, ich glaub gleich, sollte ein Geräusch kommen von einem Abzeichen. Ich weiß nicht, ob das hier klappt, aber ich hoffe einfach mal, dass das hier klappt. Und... Abzeichen kann man hier irgendwie nicht bekommen. So. Natürlich wäre... Natürlich könnte ich jetzt Rechte einfach so killen, aber mach das nicht. Oh ne, jetzt hab ich mein ganzes Essen-Karnika. Ach, du machst hier oben ne Base hier. Oben. Na, ich hab erstmal nur, ähm... Ja. Ja. Oh. 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 Ich bin in der ersten Folge gleich schon tot. Das wär was. Ja. Und ich kann nicht davon, ich muss jetzt mal raus und das ist dann da direkt rum. Oh. 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 Leute, das war ein Fail. Leute, auf jeden Fall, ich bin oben und Bächter ist unten. Leute, hier, ich hab neun Leben und Bächter ist. Aber das ging jetzt nicht so gut. Ja, also es war auch schon 12 Minuten, 12 und halb. Komm, ganz kurz können wir nur noch... Hallo? Ich fehl's von meinem Base. Ich beobachte dich. Ja. So Leute, da hab ich mir mal wieder den Diktor geholt. Ihr könnt bald gleich da unten schauen. Es steht 1010. Hier ist ein Schweinchen! Komm her! Jetzt schlag ich dich eigentlich nicht mit meiner Waffe! Komm her! Ja. Was hast du denn hier drin? Okay, nix. Was? Du hast da nen Tintenbeutel? Jo. Noch ne Kuh! Bald kann ich mir meine erste Lederrüstung machen. Das hat kein Lederrüstung überhaupt. Meine Güte! Haha! Ich hoffe, dass wir das Projekt öfters noch machen können. Und nicht so wie beim anderen, was wir machen wollten. Ja. Vielleicht sollte ich noch mal ne Karte nehmen? Ja. Ich wollte nur sagen, dass wir jetzt... Vielleicht 14 Minuten haben. Warte. Die erste Folge geht doch immer länger. So ne erste Folge von irgendwas geht doch immer länger. Was ist das? Ja. Das ist ein Eisenschwert. Das ist ein Steinschwert. Das ist ein Eisenschwert. Nein, dein. Komm! Hau ab! Ui! Juhi! Jippo Juppo! Äh! Pass auf! Wuppa! Hast du mir vielleicht ein... Ne. Weil du ja gesagt hast, wir können uns die gegenseitig klauen, packe ich da natürlich nichts ein, was ich brauche. Ich würde sagen, irgendwann wird es wahrscheinlich auch eine Special-Folge geben, ähm, wo Inventarbehalten aufhift. Ich bin hinter dir! Ja, ich weiß, ich bin jetzt schon genervt. Okay, willst du was? Natürlich nicht. Sondern ich will die Kuh. Sie hat Leder! Ich hab Leder. Ich hab Leder. Ich hab Leder. Upp in die Base. Das Leder. Können wir doch schicken, gecraften. Ähm. Würde ich mich töten? Ich will dir nur noch was zeigen. Wirst du mir gecraftet? Ja. Glaube ich dir nie. Weil immer wenn du sagst, du willst mich töten, tödest du mich. Ja. Ich hab jetzt gecraftet. Ich hab ein Leder. Schön. Würdest du mir noch was essen vom Reekenderie? Ja, ne? Hallo. Wie hast du was zu essen? Wie sieht der Wärm von mir aus? Wie lange ist das Video? 16 Minuten. Okay. Komm. Lassen wir die Folge beenden. Äh. Das aus der Hand nehmen. Ja. So Leute. Jetzt sind wir mit der ersten Folge von Minecraft 5. Lassen wir euch ein Abo da. Für ne zweite Folge. Bis dann. Und ciao. Ciao. Ciao.